Willkommen zurück in Ägypten. Ägypten. Das Ziel von jedem urlaubslustigen Ägypten. Pyramiden, Sand, Skorpione, das Tal der Könige. Denkste, wir sind immer noch in dem Dreckloch. Aber okay, ich habe das Artefakt, was auch immer es ist, und ich glaube es war ein kleines, ja ein kleines Medipack. So, dann ist diese Tür aufgegangen, und unser Fuzzi geht durch, und wir folgen ihm mal. Lauf zu! Okay. Und wieder, wie schon so oft, eigentlich nur zwei oder dreimal, aber egal, hängt mal wieder so unauffällig ein Seil da dran. Unauffällig dran geschraubt. Na, dran geschraubt nicht, aber so unauffällig dran programmiert. Aha. Und da ist eine Öffnung. Nein, da ist wirklich eine Öffnung. Glaubt es Leute, oder glaubt es nicht? Okay. Ähm, ich will darüber. Und Lara will es... Oh, Lara will. Lara will es... Will es auch, hoffe ich. Nein. Natürlich nicht. Tja. Tja. Traue niemals einer Person, die Hotpants trägt. Großer Fehler, Leute. Das ist ein Tipp von mir. Jetzt macht es nicht. Das sieht böse aus. Uh. Hey, ich hoffe, dass Tice wirklich entschärft. Wie, wenn nicht? Aber wisst ihr was? Ich speichere. Mach ich mal lieber da oben. So. Ja. Versuchen wir unser Glück. Und ich vertraue diesen Typen. Ah! Okay. Alles cool, Leute. Alles relaxed. Ich sag ja, denen kann man vertrauen. Ne? Hab ich von Anfang an gesagt. Lieber mal schnell zur Augen machen, weil es ja nicht was passiert. So. Was guckt denn der so blöd? Sag mal, sehe ich komisch aus, oder warum guckt der so? Ist das meine Frisur? Nein. Gut. Dann gucke ich nicht so dumm. Gut. Wir haben jetzt das zweite Artefakt. Und. Die kombiniere ich jetzt? Ist auch wieder so ein neues. Ähm. Wie sage ich. Das ist eine neue. Ähm. Das ist eine neue. Neuheit an dem Spiel. Dass man Sachen kombinieren kann. Ne. Wirklich. Oh. Ein Hund. Schakal. Sorry. Ja. Guckt euch mal mein Leben an. Das ist mit Abstand bestimmt eines der leichtesten Level. Und ich. Sag mal. Der kann die Teile mit einem Schlag töten. Warum machst du das erst jetzt? Egal. Was ich sagen wollte. Ähm. Ja. Das ist mit Abstand eins der leichtesten Level. Und ich hab so wenig Leben. Das ist echt peinlich Leute. Aber richtig. Ah ja. Genau. Wir sind jetzt hier in den Raum. Ein bisschen weiß ich nur von dem Raum. Also ich weiß jedenfalls wo ich jetzt hin muss. Das hoffe ich jedenfalls. Aber danach. hab ich bestimmt nicht mehr so eine große Erinnerung. Und. Da liegt Munizio. Ich wollte zwar nicht runter. Aber diesmal hast du was Gottes getan. Okay. Okay. Was ich sagen wollte. Und nach dem Abschnitt, den ich jetzt spiele, werde ich dann keine Erinnerung haben. Äh. Haben. Haben. Wenn. Also. Spiel dich dann blind. Hm. Das wird witzig werden. Das kann ich euch garantieren. Ich bin ein Sensibelchen. Ich will nicht noch mehr. Ich glaub vor die Wände. Ich will nicht noch mehr Leben verschwenden. Bei dieser Hotpants tragende. Äh. Langzopfhaarige Schwester hier. Das macht was ich sage. Ich weiß jetzt nicht ob der Ersatz einen Sinn gemacht hat. Das ist mir eigentlich auch egal. Gut. Jetzt klettern wir die Leiter hoch. Und hoch. Und immer noch hoch. Ich kann die Geräusche überhaupt nicht leiden. Welche sie beim Hochklettern macht. Ich meine. Wer macht solche Geräusche, wenn er an der Leiter hochklettert? Jetzt mal ehrlich. Ich glaub das ist ne Frage, die wir uns alle mal stellen sollten. Du machst mal wieder einen Schritt zu viel, als ich es will. Warum? Weil du es willst. So. Ne. Ich speichere lieber ansonsten. Stürzt sie sich noch in den Tod. Und darauf hab ich keine Lust. Aber sowas von. Gut. Ähm. Ähm. Halte ich ja fest. Wehe aber nicht. So. Boah. Der hat gang da schon vorher? Ist ja auch egal. Achso. Anscheinend nicht. Naja. Naja. Ein Secret. Oder auch Geheimnis. Oder. Keine Ahnung, wie es in den anderen Sprachen heißt. Ähm. Ähm. Ja. Ja. Hier geht's nicht lang. Gut. Das haben wir jetzt rausbekommen, dass es da nicht lang geht. Und jetzt bekommen wir raus. Also. Da war ich doch schon. Wir wissen, wo es nicht lang geht. Und jetzt müssen wir nur noch wissen, wo es lang geht. Natürlich. Sag mal. Ach. Ich dachte, die klebt da drinnen fest. Ganz ehrlich. Bei Lara weiß man nie, die steckt ja schon überall fest. Und wenn ich überall sage, dann meine ich das immer. Okay. Äh. Okay. Ich meine okay. Was ist mit mir los? Naja. Ich hab gute Laune. Das ist mit mir los. So. Hör hoch. Und. Hör. Es geht immer höher. Denn Lara mag es höher zu gehen. Wie uns allen bekannt ist. Gut. Da unten sind Zacken. Ich speichere. Ich habe nämlich versucht, vorhin schon mal aufzunehmen. Und was ist mir passiert? Mein Mikrofon war die ganze Zeit aus. Ich hab gelabert, gelabert. Wollte mir stolz die Aufnahme angucken. Und. Dumm. Dumm. Alles war still. Okay. Geht's hier auch runter? Liegt da was? Ja. Da gibt der Medipack. Das gefällt mir. Hätten wir das irgendwie geschafft. Gut. Ö. Ö. Ja. Hier lang. W-w-w-w-w-warte. Da war. Da war doch gerade. Ja. Brennendes Wasser. Das war Ö, oder? Da ist ein Gitter. Immer wo ich lang will, ist ein Gitter. So. Hehe. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ich bin ja nicht dämlich. Ich lauf hier nicht ohne Waffen lang. Rechts oder links? Das ist jetzt die Frage. Der Gang sieht unheimlich aus, also wage ich es mal. Aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. In der nächsten Folge zu Let's Play 2M4 The Last Revelation. Yay! Yay! Yay!